leute willkommen zu euer gigamaster ich weiß lange habe das nicht so viel mehr gehört über einen monat über einen monat war ich einfach weg von youtube das ist einfach unfassbar das ist unfassbar wie schnell der vier rumgehe ich habe selber gedacht dass ich so lange wächst hatte und der grund dazu also der grund dazu ist dass ich hatte halt irgendwie ja soll man sagen ich hatte keine ideen also ich hatte keine ideen was ich für ein content machen soll so wisst ihr euch war und ja da hatte ich auch keine zeit keine motivation und ja leute auf jeden fall ich bin zurück ich lebe noch ja leute ich bin lebendig ja und ich mache vielleicht den nächsten tag öfter videos aber nicht absolut ich weiß dass ich content machen soll aber heute ich versuche jetzt öfter öfter videos machen versuche wieder auf sachen zu wirken ich weiß aber noch nicht auf welche werde auf jeden fall ein bisschen was anderes sein ich war ja mal so ein bisschen abwechslungswechslung so reinbringe auf jeden fall leute ich freue mich wieder wie das hier machen zu können und ich freue mich freue mich dass jeder klagen möchte dass ich wieder täglich wie das hochladen auf jeden fall ich freue mich euch wieder zu sehen ich hoffe freut euch auch mich wieder zu sehen ansonsten würde ich sagen das verarschere ich mich jetzt auch schon wieder ich wollte eigentlich nur mein comeback ankündigen weil also leute ich war schon echt lange weg muss man sagen ich weiß schon wirklich ein einen monat über einen einen monat weil ich wirkste ende januar ein paar weiter gewesen das ist heftig das ist sehr sehr heftig würde ich sagen staustraub ist mecken